so hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal hier ist wieder euer stömi heute habe ich für euch wieder meine überraschungskiste kam schon sehr sehr lange nicht mehr also dies jetzt die zweite folge ich habe noch ein bisschen was rein gemacht und ja ich fange nach dem intro an bis gleich so ihr könnt euch wieder freuen hier kommt wieder meine überraschungskiste meisten werden es vielleicht noch kennen ist ja schon ziemlich lange her wo das kam das ist jetzt hier erst die zweite folge ihr habt gefeiert weil es sonst noch nicht irgendwo gab so ich werde jetzt was rausziehen ich habe das dicke oder booster habe ich hier drin ich werde jetzt einfach mal rausziehen um zu schauen da haben wir mission tierfreunde ich ziehe natürlich booster oder sticker tütchen raus öffne ihn und zeige euch den für die wo das noch nicht kennen also ihr wisst ja nicht was hier drin ist zeige euch das auch nicht so hier haben wir eine schildkröte und ein wahl hier haben wir glaube ich ein kamel oder was das ist hier haben wir ein hundi dann haben wir hier buchstaben mit tieren tieren oben drauf richtig süß so hier haben wir ein teil von einem das sein weiß es nicht hier haben wir ein australischer tannenzapfen krannenzapfen fisch auch noch nie gehört das war sticker tütchen mit mission tierfreunde also ich habe von jedem nur eins drin also ich bin mir hier hier haben wir viel vertreibt ich schaue Hier haben wir Roman Bürki als Goldsauber, dann haben wir Isco als Pace, Borja und Moria, keine ungedrehten, dann haben wir Benzema und Darsilva. So, das war das Zweifel. Oh, hier haben wir jetzt die beiden München, aber die brauchen wir nicht mehr. Hier habe ich auch noch nicht eingeklebt. Hier bin ich ziemlich faul. Hier haben wir Bernie aus Köttchen, hier haben wir Leif von Kimmich, hier haben wir Portrait von Kimmich, hier haben wir Widal, der wahrscheinlich die beiden verlassen wird. Und Niklas Dorsche. So, das war Nummer 3. Oh, was haben wir hier? Dragons? Dragons haben wir hier. So, also dieses Jahr kennt ich eigentlich was gar nicht. Vielleicht kennt ihr ja einer von euch. Hier kann ich euch nichts dazu sagen. Ich kann es euch gerne anschauen. Oh, was haben wir hier eigentlich? Was müsst ihr eigentlich dazu dran hören? Könnte ein Puzzleteil sein. Jetzt auch noch ein Puzzleteil. Hier nochmal. Hier nochmal. Und der letzte Karte. Das war ein Dragons. Und der letzte Karte. Ich kann auch noch den Puzzleteil voll bekommen. Hier haben wir hier auch tiefer 3.6.5. Also wir können dann passen, ob es ein Puzzlet oder ein Sticker ist. Aber ich denke, wenn wir das abwechselnd nutzen, ist das für euch gerne. So. Der Puzzlet hat auch noch nicht eingeklebt. So, hier haben wir einen 3er Sticker mit. Julien Dersilver von Club America. Carlos Rosell und Salvio Romero. So. Dann haben wir hier... einen Portrait Sticker von Matteo Casiera. Marias. Dann haben wir hier... dann haben wir hier... die Diebe. Ups. Dann bleiben wir hier. Dann haben wir Casio Romero von Salerno Perrette. Und Marco Marino. Ach, weil ich den auch noch... ein bisschen auch noch. So. Dann müsste ich auch mal langsam anfangen einzugehen, weil bald kommt ja... Da geht man eine neue Serie raus. Und dann stehe ich da und hab's noch nicht eingeklebt. So. So, hier sieht schön aus. Uh, was haben wir hier? Mariel Michelin's Trading Card Game. Um, um, Guardians of the Galaxy Volume 2. Um, 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 The 없는 2. um, zu schönen, um, 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 Und die kamen auf meinem Kanal noch gar nichts, also... So, schauen wir mal. Alle hier. Die Stilzregeln. So, ob es jemand für euch interessiert. Ich würde es natürlich nicht sagen, vielleicht wird es wirklich zu weit. Aber für euch anzupassen... Das ist schon in Ordnung. So, mal auf die Seite. So, wo haben wir denn hier? Dr. Strange und Mordo. So, von hinten sehen wir es so ab. Verbündeter Powerwert. Wird bis 100 ist dann 82. Also ich kann euch davon gar nichts sagen, hier haben wir das Thunderbolt Rocks. So, das ist nicht schlecht. So, das ist nicht schlecht. Vielleicht kennt ihr einer von euch die Serie hier. So, das ist ein Tor. So, das ist ein Tor. Ich verstehe, was ist ein Tor. So, das ist ein Tor. Dann haben wir hier... ...Extra Lord's Film. Dann müssen wir ein Rucking auf die Gendelziege zu. Powerwert 66 Waffe. Hier haben wir dann Ronan. und bürger ja so So. Oh, wir haben ja den Lego Connection ab. Dann haben wir noch die Tüten, wo wir dann auf den Knall zugeschickt haben. Ja, jetzt wollen wir. Was wir sehen? Wir haben hier. Der drückt ihn. Ja, der muss ja. Wir sind auch noch ein. Schauen wir uns mal. Nein. Das können wir noch rein, damit wir kontrollieren. Uh, wir haben hier noch einen Magic-Face. In der normalen. So. Das ist schon keiner mehr. So, hier haben wir den Kölner, Marco Höker. Dann haben wir hier Marvin Pips. Hier haben wir Julian Green von Stuttgart, ehemaliger Bayern-Spieler. Janik Haberer von Freiburg. Hier haben wir Matchwinner Timo von Stuttgart. Und Stuttgart. So, einen bekommen wir noch hin. Jetzt machen wir noch eins. Ja, ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. So, das ist so. Dann wieder ein paar. Irgendwann sind wir noch nicht. Dann haben wir hier von... ...Mexiko. Francisco, Rodriguez. Und auch in Austria. Okay, jetzt. Wir haben hier von Italien. Abate. Dann haben wir hier... ...Dann haben wir hier... ...Dann ist ein... ...Poich Chau. Er spielt für die USA. Da haben wir die Johnson. ...Wir sind jetzt bei 15 Minuten. Stecken wir uns lang. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschau.